Herzlich Willkommen bei DAS, heute mit Bettina Tietjen. Einen wunderschönen guten Abend. So sicher wie heute Abend habe ich mich auf dem roten Sofa noch nie gefühlt. Wenn er in der Nähe ist, zittern alle, die Böses im Schilde führen, wie Espenlaub. Denn erstens ist er bewaffnet, zweitens legt er jeden Angreifer innerhalb von Sekunden flach und drittens macht er seine Gegner rhetorisch fertig. Bodyguard Michael Kuhr, herzlich Willkommen. Schönen guten Abend. Habe ich mit allem recht gehabt, oder was ich gesagt habe? Wäre schön, klappt nicht immer, aber meistens. Also wie gesagt, mir kann heute hier nichts passieren. Zur Einstimmung jetzt ein paar beeindruckende Szenen aus Michael Kuhrs Alltag. Das Porträt von Andreas Moll. Er hält den Kopf hin, geht keinem Ärger aus dem Weg. Er ist Bodyguard und bleibt stets diplomatisch, solange es eben geht. Stars wie Lady Gaga, Sarah Connor oder Mario Adorf vertrauen ihm ihr Leben an. Der Bodyguard beginnt als Briefträger. 17 Jahre lang steckt sein breites Kreuz in einer Postjacke. Die Freizeit aber gilt seiner Leidenschaft, dem Kickboxen. Als Jugendlicher beginnt er in Berlin zu trainieren, als Erwachsener wird er Weltmeister. In den 90ern gründet er eine Security-Firma. Unter seinen ersten Kunden ist Steffi Graf. Jetzt ist er Sicherheitschef bei Großveranstaltungen und arbeitet an einem sicheren Berlin, damit seine Stadt nicht ganz auf die schiefe Bahn gerät. Ein Leben zwischen Unterwelt und rotem Teppich. Michael Kuhr. Michael Kuhr. Was muss ein richtig guter Bodyguard können? Ja, in jedem Fall. Er muss ja perfekt ausgebildet sein in Kampfsport. Er braucht die gesetzliche Sachkundeprüfung. Er muss seriös sein. Er muss viel Erfahrung mitbringen. Und gute Menschenkenntnisse müssen Sie da haben. Auf jeden Fall. Deswegen muss er ja gute Erfahrungen mitbringen, damit er auch in diesem Bereich diese Erfahrung ausnutzen kann, nutzen kann, um souverän aufzutreten. Und wenn Sie jetzt so einen Superpromi beschützen, wie viel müssen Sie über den wissen, über den als Menschen, um das perfekt machen zu können? Die meisten Promis, die wir betreuen, die sind ja so bekannt, dass man da eben halt sich sehr gut einlesen kann. Und wir unterstützen da praktisch den eigentlichen Personenschützer, der mitkommt aus den Staaten. Die haben ja ihren eigenen Personenschützer. Und wir unterstützen dann, weil wir die Ortskenntnisse haben und machen dann die Voraufklärung und leiten dann praktisch den eigentlichen Personenschützer mit seiner Schutzperson bestimmte Wege lang zu gehen, weil der eigentliche Personenschützer dann diese Wege nicht kennt. Wir sind also dafür zuständig, für die Voraufklärung. Es gibt so ein Foto von Ihnen mit Usain Bolt. Das ist mir natürlich gleich aufgefallen, weil der ja der Superstar der Leichtathletik-WM war. Da sitzen Sie beide im Ferrari. Was war denn das für eine Situation? Ja, er hatte Geburtstag gehabt. Wir haben ihn persönlich betreut bei der Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Berlin. Und ich habe ihm als Geburtstagsgeschenk einen Ferrari zur Verfügung gestellt für zwei Stunden, weil ich wusste, er mag schnelle Autos. Und er war total begeistert, dass er diesen Wagen fahren durfte. Ich habe ihm das also gezeigt, wie es funktioniert. Und dann haben wir gewechselt, er ist gefahren. Und ich hatte also wirklich 20 Minuten richtig Angst um mein Leben, weil er so rennt, so ist er auch gefahren. Echt? Extrem schnell. Aber wir haben uns super verstanden während der Fahrt. Wir haben viel geredet. War ein super Erlebnis für uns beide. Dann gibt es ein Foto von Ihnen mit Lady Gaga. Die ist ja nun, also hat ja den Ruf, eine absolute Superzicke zu sein. Wie war die denn bei Ihnen? Kann ich nicht bestätigen. Sie ist sehr angespannt. Sie hat sehr viele Termine. Sie ist ständig unter Strom. Also sie hat Stress. Deswegen ist sie wahrscheinlich ein bisschen angespannt, aber nicht zickig. Aber sie ist das erste Chamäleon, was ich kennengelernt habe. Diese Outfits täglich, mehrmals, ist Wahnsinn. Und das macht sie, glaube ich, alles selber. Sie entscheidet das alleine, was sie trägt. Ja. Ja, toll. Also wir kommen, ich weiß, Sie haben viele Geschichten zu erzählen. Jetzt erst mal zum Aktuellen. Ein Ausflug wollte der Vater angeblich mit seinen vier Kindern machen und holte sie am Ostermontag bei der Mutter in der Lüneburger Heide ab. Der Ausflug wurde zur monatelangen Odyssee. Der Mann entführte die Kinder nach Ägypten. Monatelang fehlte von ihnen jede Spur. Jetzt endlich hat der Albtraum ein Ende. Alle vier sind wieder bei Mama und der Vater sitzt in Untersuchungshaft. Einzelheiten von Barbara Jung. Ja, schlimme Geschichte, aber gut, dass Sie wieder bei der Mutter sind. Haben Sie auch mal Kinder beschützen müssen? Ja, das machen wir sehr oft. Zum Beispiel bei der Hochzeit von Barbara Becker haben wir die Kinder betreut oder bei der Hochzeit von Verona Feldbusch-Poth haben wir die Kinder betreut. Wir haben auch von Geschäftsleuten Kinder, die wir eben zur Schule bringen und auch abholen. Und wie ist das schwieriger mit Kindern, weil die schwerer so zu zügeln sind? Ja, da sind ein paar Rabauken dabei. Die sind schwer in den Griff zu bekommen, aber ich habe selber zwei Kinder. Ich kann damit umgehen. Ach so, da lassen Sie sich wahrscheinlich dann auch psychologisch drauf ein, dass das eben eine andere, ein bisschen eine andere Sprache sprechen als bei so einem Promi. Ja, und ich bin bekannt bei den Kindern durch meine Kampfsport-Erfolge, genieße ich Respekt bei den Kindern. Das war genau das Stichwort. Sie sind ja vierfacher Kickbox-Weltmeister. Ich bin degradiert, sechsfacher. Sechsfacher sogar. Sechsfacher Kickbox-Weltmeister. Wie viel Arbeit und wie viel Training steckt da drin, um das zu schaffen? Sie haben ja auch ganz früh angefangen damit, ne? Ich habe mit zwölf Jahren angefangen, war sehr fleißig, diszipliniert, ehrgeizig und musste wirklich sechsmal die Woche zweimal trainieren. Und habe es dann geschafft, 1985 Weltmeister zu werden bei den Amateuren. Und bin dann von 1990 bis 1994 in allen Großverbänden Weltmeister geworden. Also es gibt ja beim Boxen vier große Weltverbände, beim Kickboxen gab es damals auch. Aua, das tut mir weh, wenn ich das sehe da. Ja, ich war sehr gelenkig. Mr. Flexibility nannte man mich früher. Das schaffe ich heute nicht mehr, das habe ich verlernt. Das ist ja unglaublich. Muss man das ja, also beim Kickboxen, den Körper so biegen können, um so weit zu hoch zu kommen, oder? Muss man nicht. Es ist ein Vorteil, wenn man sehr gelenkig ist, weil dann fällt es einfacher und leichter, zum Kopf zu treten. Das konnte ich ganz gut. Und Sie könnten jetzt nicht nochmal so ein Spagat, würden Sie nicht schaffen heutzutage? Schaffe ich nicht mehr, nein. Aber Sie müssen ja noch irgendwas tun, um Ihren Körper fit zu halten, falls Sie in Aktion treten müssen. Was machen Sie denn? Ich mache immer noch Kickboxen, trainiere zweimal die Woche Kickboxen, gehe laufen und bin natürlich auch Vorbild für meine Mitarbeiter. Da halte ich mich natürlich entsprechend fit und ich bin ja auch noch am Arbeiten. Und Personenschutz mache ich ja noch. Und das gehört einfach dazu, dass man ständig im Training ist, weil man dann eben auch fit ist bei einer ernsthaften Situation. Wie oft passiert das, dass Sie so eingreifen müssen, also mit Ihren Kickboxkünsten? Also im Personenschutz muss ich Ihnen sagen, ist das noch nie passiert. Wir machen eine gute Voraufklärung, wir recherchieren sehr gut und machen eine gute Präventionsarbeit. Da ist es bisher noch nie passiert, dass irgendwie ein Angriff auf unsere Schutzperson passiert ist. Aber an der Tür passiert das sehr, sehr oft. Also Arbeiten an der Tür, also sprich an der Club-Tür in Berlin ist sehr gefährlich geworden. Die Kriminalität ist sehr hoch geworden. Und das ist schon regelmäßig, dass man dort entweder verbal angegriffen wird oder auch körperlich. Was Sie machen da an der Tür, wie geschickt Sie da arbeiten, das gucken wir uns mal an. Jetzt komme ich wieder zu Ihnen. Herr Kur, Radiopreis, wie man sieht, da sind Sie ja heute nicht im Einsatz, aber bei solchen Großveranstaltungen sind Sie ja oft, ne? Sehr oft, ja. Wie ist das denn, ist das extremer Stress, wenn man da an so einem roten Teppich ist und da wimmeln die Fotografen, die Kamerateams auch noch zusätzlich um einen rum? Ja, ein extrem schweres Arbeiten. Man braucht da sehr erfahrene Leute, weil eben man muss Gesichter kennen. Und man muss darauf achten, dass also wirklich nur Leute auf den roten Teppich kommen, die akkreditiert sind, die also einen Badge haben, dass die auch die Berechtigung haben, auf den roten Teppich zu kommen. Und manchmal gibt es auch prominente Leute, die ihr Badge nicht dabei haben. Das muss man natürlich erkennen. Und dass man dann nicht extra noch nach dem Badge fragt. Deswegen ist eben viel, viel Erfahrung auch, dass man viele Gesichter kennt, am roten Teppich sehr, sehr wichtig. Was ich mir überhaupt nicht vorstellen kann, das haben wir eben in dem Porträtfilm gesehen, dass Sie sehr lange als Briefträger gearbeitet haben. Wie kommt man denn vom Beruf des Briefträgers zum Türsteher? Das sind ja zwei Welten, ne? Ich war Berlins schnellster Briefträger, ja. Aber mein Trainer hat damals einen Job für mich ausgesucht, wo ich eben viel Sport machen konnte. Mein Trainer konnte schon in die Zukunft gucken. Er dachte, der Mann hat Talent, den kann ich vielleicht mal so einen Weltmeister formen. Also brauche ich einen Job, wo er ja viel trainieren kann. Und bei der Post war ich relativ früh fertig, war so wie eine erste Trainingseinheit. Ich musste 30 Mal hoch, die Treppen hoch und runter rennen, Briefe oben reinschmeißen, weil die Briefkästen waren nicht unten. Also war schon sehr hart, erste Trainingseinheit. War früh fertig, konnte danach dann eben halt nochmal zweimal trainieren. Gut ausgesucht, dieser Job. Hat mir auch Spaß gemacht. Und was hat denn den Auslöser gegeben, dass Sie dann gesagt haben, so ich werde Türsteher? Denn damit ging es ja los dann. Ja, das war ein Gastronom, ein Großgastronom aus Potsdam. Er wollte einen Club aufmachen und hat mich eben gefragt, ob ich mir das zutraue, diesen Club zu betreuen. Eine große Diskothek. Und ich habe mich erstmal erkundigt, ob ich das schaffe. Und habe das dann angenommen und habe das sehr gut geschafft und habe dann weitere Aufträge bekommen, weil ich eben einen riesen Vorteil hatte durch meinen Sport. Ich war sehr bekannt. Ich war fast 20 Jahre an der Spitze. Also ich glänze mit Zuverlässigkeit und Beständigkeit. Und das hat natürlich geholfen, auch viele neue Kunden zu bekommen. Jetzt ist es ja so, viele Menschen verbinden mit diesem Wort Türsteher jede Menge Assoziationen und nicht immer nur positive. Wir haben auf der Straße mal gefragt, welchen Ruf hat der Beruf des Türstehers? Ich denke mal, das kommt immer auf die Person an, wie im Leben allgemein. Es gibt solche und solche. Muskelprotze, die meinen auch große Klappe, die dann aussortieren, du kannst da rein, du darfst da nicht rein. So Schlägertypel. Türsteher, ja. Ziemlich prollig. Ja, ist ein wichtiger Beruf, finde ich. Groß, kantig, stark. Na, manchmal wirken sie mehr, dass man beschützt wirkt, aber manchmal ist es halt auch mehr, dass sie einem nur Angst machen und einfach nur da sind und unfreundlich sind. Es kommt darauf an, welcher Laden es ist. Woher kommt das, dass viele damit Negatives verbinden, obwohl das doch so ein wichtiger Job ist? Sie kämpfen ja auch dagegen. Sie sagen ja, das ist zu Unrecht so. Ja, ich bin ja, ich habe eine andere Politik. Es gibt viele schwarze Schafe, die eben in Stresssituationen sehr schnell zuschlagen. Das ist eigentlich gar nicht notwendig. Man kann viel mit Rhetorik, mit viel mit Respekt klären. Und das ist meine Kurpolitik. Ich rede eben sehr gerne viel. Und andere schlagen sehr, sehr schnell zu und bringen dadurch diesen Beruf in Verruf. Und das ist natürlich schlecht. Ich versuche mit meiner Politik, mit meinen Auftreten in der Öffentlichkeit dafür zu sorgen, dass der Beruf anerkannt ist und auch ein besseres Licht bekommt. Ist ja ärgerlich eigentlich für Sie, wenn jemand wie Sie das so geschickt macht und auch so ernst nimmt. Und dann sieht man immer wieder so schwarze Schafe. Ja, sehr, sehr ärgerlich. Und ich hoffe, dass ich mich mit meiner Politik irgendwann durchsetze und dass dieser Beruf auch anerkannter wird und ein besseres Licht in der Öffentlichkeit bekommt. Wie genau Sie arbeiten? In Berlin seien ja die Autos nun auch andauernd, Herr Kur. Wie eng arbeiten Sie als private Sicherheitsleute da mit der Polizei zusammen? Also ich meine nur nicht, was die Autos angeht, sondern überhaupt, was die Sicherheit in Berlin angeht. Wir arbeiten sehr, sehr eng mit der Polizei zusammen. Das setzt uns auch ab gegenüber anderen Firmen, die im gastronomischen Bereich arbeiten. Also wir machen wirklich alles mit der Polizei zusammen. Das heißt, wir machen viele Anzeigen. Und wenn ein Vorfall ist, dann rennen wir nicht weg. Wir bleiben auch stehen. Und sagen nicht, dass der Mitarbeiter nicht bekannt ist. Also wichtig ist bei uns wirklich und auch bekannt, dass wir mit der Polizei sehr eng zusammenarbeiten. Glauben Sie eigentlich, dass in Ihrem Beruf noch sehr viel mehr Leute gebraucht werden in den nächsten Jahren? Viel mehr. Das ist auch anders gewesen, das Buch zu schreiben, damit viele Leute, die jetzt von der Schule gehen, sich mal ein sehr gutes Bild verschaffen. Und das Buch mal lesen, weil viele denken, es ist relativ einfach, in den Security-Bereich einzusteigen. Aber das ist doch gar nicht so einfach. Und in diesem Buch steht detailliert drin, auch für Schulabgänger sehr wichtig, wie man sich eben halt vorbereitet auf diesen Job, der auch Zukunft hat. Hier, so sieht es übrigens aus. Bodyguard, das Buch von Michael Kuhr. So, und wir gucken uns jetzt mal an, was abgehen kann, wenn Michael Kuhr von der Disco die Wacht hält. Halt den Schotze! Wirst du mich verarschen, oder was? Lass uns mal reden unter Männern, ja? Was unter Männern? Komm mal her, lass uns mal reden unter Männern. Wer, ich? Ja, was schicke ich deine Mutter? Natürlich fick ich deine Mutter. Was willst du denn? Warum machst du dich an? Pass mal auf, meine Mutter ist viel so alt, ja? Du kannst mich nicht ficken, ich bin ein Hetero. Was kannst du dir sagen? Ja, dann fick ich dich. Das geht nicht. Ich bin nicht schwul. Und hör mal zu, ich kenn dich irgendwo hier. Was, du kennst mich? Ich kenn dich, du kennst mich? Ich kenn dich, du kennst mich? Mein Bruder, mein Bruder, mein Bruder heißt Rami, muss nicht unbedingt dieser Rami sein. Rami, ich hab seine Nummer, ich kann ihn anrufen, was denkst du, was dein Bruder mit dir macht? Ja, das ist doch okay. Weißt du, wer ich bin? Wer bist du? Dein Bruder hab ich trainiert. Wer bist du denn? Wie benimmst du dich? So kommst du in keinen Laden rein, wenn du dich so benimmst. In keinen Laden. In Michael Kuhr bin ich. Du bist Michael Kuhr? Den ruf ich jetzt an, weißt du, was der mit dir macht? Du musst doch nicht unbedingt meinen Bruder anrufen, Alter. So, also, war das jetzt eigentlich gefakt oder kannten Sie den Bruder wirklich? Den Bruder kannte ich, ja. Und das hat ihm ja letztendlich den Ausschlag gegeben, das hat ihm Angst eingejagt. Ja, klar. So, das ist Gerhard Julfs, ein Freund und Kollege von Ihnen. Und Sie wollen jetzt mal demonstrieren für uns, was es für Standardsituationen gibt. Also, ich demonstriere eine Situation, wo also Rhetorik, also meine Philosophie ist ja viel reden. Aber hier, in dieser Situation, die ich jetzt schule, hilft Rhetorik nicht weiter, also sprechen nicht, sondern das ist eine Situation, die sehr, sehr ernst ist. Und man muss entsprechend auch schnell reagieren, damit man als Türsteher zum Beispiel nicht abgestochen wird. Das ist eine reale Aktion, die hier passiert ist. Da gibt es auch ein Video drüber, wie man sich falsch verhält. Und ich zeige jetzt, wie man sich richtig verhält in einer sehr, sehr ernsthaften Situation. Ja, verstehe. Ich gehe mal ein Stückchen zurück und bringe mich jetzt sicher. Also, ich stehe jetzt hier praktisch an der Tür und jetzt kommt ein Gast, der eben relativ aggressiv ist. Ja. Nicht anfassen. Bleiben Sie doch mal ruhig. Nicht anfassen. Sie sind sehr aggressiv. Aggressiv? Du bist ja nicht aggressiv. Hand raus, Hand raus. Fallen lassen, fallen lassen. Gucken Sie mich mal an. Das ist hier in der Kamera hier oben drin. Gucken Sie genau hin. Das wurde gerade aufgezeichnet. Ich bitte Sie jetzt sofort zu gehen. Ansonsten rufe ich sofort die Polizei. Und das funktioniert? Das haben Sie auch schon genauso erlebt? Ja. Und was meinen Sie mit der Kamera? Hier, das ist auch ein Fick von mir. Das ist keine Kamera, sondern das ist... Ach, das ist so ein kleines Licht. Ja, genau. Aber im ersten Moment glaubt mir wirklich jeder, dass hier eine Kamera eingebaut ist. Und da bekommen viele eben erst mal Muffensausen, weil man will ja nicht erkannt werden, wenn man Stress macht. Ach so, okay. Deswegen kann ich das immer als Fick nutzen, um zu sagen, hier ist eine Kamera und dann sind die meisten relativ schnell weg. Man muss auch kleine Tricks anwenden. Und was machen Sie, wenn jetzt einer nicht nachlässt? Also wenn einer möglicherweise schon total betrunken ist und sich gar nicht abschrecken lässt von Ihnen? Wie gehen Sie auf den einen dann? Dann ist es... Wenn wirklich Sprechen nicht mehr hilft, das muss man erkennen. Und ich habe einen guten sechsten Sinn dafür, dass Sprechen überhaupt nicht mehr hilft, dass der Mann so auf Drohungen so alkoholisiert ist und so aggressiv ist, dass er einfach Stress machen will und auch einsetzen will. Da ist dann das Gesetz der Straße keine Regeln. Der Stärke gewinnt. Aber wir sind ja eigentlich immer im Team und können eigentlich hier, hätten wir jetzt normalerweise, ich habe ihn an den Kehlkorb gefasst, habe den Kehlkorb zusammengedrückt. Ach, Sie drücken. Ich habe den Kehlkorb eben richtig zusammengedrückt. Also nicht in echt bei Ihrem Freund jetzt, oder? Nicht in echt, aber in der Wirklichkeit bekommt man dann kaum Luft. Man ist erst mal völlig geschockt. Und dadurch habe ich ihn dazu gebracht, das Messer aus der Hosentasche zu ziehen, weil es ist wirklich vorgekommen, dass eben jemand das Messer gezogen hat. Die Leute waren unaufmerksam und er hat gleich zugeschlossen. Also wenn jemand aggressiv ist, sehr aggressiv ist und die Hand, die jetzt hier frei ist, in der Tasche rein nimmt und das ist ein Zeichen Alarm. Naja, es gibt auch andere Sachen, aber Alarmglocken sofort müssen angehen. Jetzt wird es gefährlich, der möchte wahrscheinlich zustechen oder irgendeinen Gegenstand raushöbeln, kann ja auch eine Pistole sein, die gefährlich ist. Deswegen muss man nachher sehr, sehr schnell reagieren. Stichwort Pistole. Wie oft mussten Sie denn Ihre Waffe schon benutzen, die Sie ja haben zur Sicherheit? Ich bin jetzt 30 Jahre im Business und musste bisher zweimal meine Waffe ziehen und androhen, dass ich schieße, weil man eben halt mit Mareten und mit abgeschlangenen Flaschen auf mich los wollte. Ich musste also nur androhen, das hat gereicht und die Leute haben die Flucht ergriffen. Mann, 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 da kriegt man ja gerne aus. Das ist ein sehr brutaler Job in Berlin, an der Tür als Türsteher. Ja, das glaube ich. Herr Kur, was mir aufgefallen ist, Sie haben auch mal Vitali Klitschko beschützt. Da frage ich mich, wieso braucht der Mann bitte schön einen Bodyguard? Ich meine, wo der hinschlägt, der wächst doch kein Gras mehr. Ja. Wir haben uns auch Bilder davon. Ja, ja, er ist sehr groß, der weltbeste Boxer und er kann sich natürlich selber verteidigen sehr gut, aber wir müssen eben darauf achten, was er nicht kann, was hinter ihm passiert, wenn Presse zu aufdringlich ist oder eben halt Fans, dass wir, wenn er nicht gerade möchte, Autogramme zu geben oder so, dass wir eben das Ganze praktisch von ihm abhalten, dass er seine Ruhe hat, dass er sich konzentriert auf seinen Kampf. Man hat gerade gesehen, Sie sind hochkonzentriert, ja, in so einem Moment. Was geht da in Ihrem Kopf vor, wenn Sie so einen Job haben, der so wichtig ist? Ja, das muss man ja sein, sehr, sehr konzentriert und man muss Menschen beobachten und ich achte immer sehr viel auf Hände, weil da erkenne ich relativ schnell, ob da eine Gefahr ausgeht, weil wenn die Hände, wie eben demonstriert, in den Hosentaschen gehen oder irgendwo in der Tasche, dann gehen die Alarmglocken an, dann muss man entsprechend reagieren, weil das ist wirklich sehr wichtig, dass man auf Hände achtet und konzentriert ist. Aber das Schlimmste für uns ist eben, so wie das eben zu sehen bei Herrn Klitschko, das Bad in der Menge. Da kann so viel passieren, da sind zu viele Menschen, da ist man extrem angespannt, extrem konzentriert und man guckt ernst und das gehört, weil viele sagen, warum guckt der Bodyguard oder der Personenschützer mal so ernst. Der Job ist ernst und wenn man konzentriert guckt, dann kann man nicht immer lächeln. Nee, und eine Sekunde nicht aufgepasst, ja, es kann schon zu spät sein dann, ne? Mohamed Ali haben Sie auch mal getroffen, bei welcher Situation war das? Da haben wir die Bühnenabsicherung gemacht bei der Bambi-Verleihung und er wollte auf die Bühne hoch und wir haben ihn betreut und er stand hinter mir und war sehr rührend, er hat dann mein Ohrlap-Stream gespielt. Ich habe mich dann umgedreht, habe erst zuerst getan, als wenn ich das nicht bemerkt habe. Mein zweites Mal habe ich mich umgedreht, dann haben wir beide sehr herzhaft gelacht und das war schon sehr berührend und einfach zu sehen, er ist der bekannteste Mann der Welt, was er erreicht hat, er ist eine Legende und eigentlich schwer krank ist. Und wieso meinen Sie, er hat denn mit Ihren Ohrläppchen gespielt? Ich hatte keine Ahnung, auch Spaß, er stand hinter mir, hat er mein Ohrläppchen gespielt, er fand mein Ohrläppchen sexy, keine Ahnung. Ja, aber das zeigt ja auch, dass er seinen Humor offensichtlich nicht verloren hat. Absolut nicht, seinen Humor hat er noch, ja. Aber solche Menschen zu treffen, das ist ja auch wirklich mit das Faszinierende an Ihrem Beruf, oder? Dass dann so zwischenmenschliche Begegnungen entstehen, die man auch gar nicht vorausahnen kann. Ja, das sind Highlights, die man eben halt mitnimmt und auch verarbeitet und das macht natürlich Spaß. Ist es auch mal passiert, dass irgend so ein Superstar total herablassend war, dass sie sich schlecht behandelt gefühlt haben? Nobody is perfect. Es gibt einige Leute, die ja nicht so sind, wie man sich das wünscht, aber das Wichtige muss ich hier dazu sagen, dass eben halt, was man erfährt als Personenschützer, wir sind stundenlang, tagelang an einer Schutzperson, dass das, was wir erfahren, wir erfahren eine ganze Menge interne Sachen, die sehr, sehr privat sind, dass man das auch für sich behält und dass man darüber nicht redet und dass man da einfach nichts drüber erzählt und die Schnauze hält. Ja, das ist ja ein bisschen schade. Das ist unser Job. So ein bisschen aus dem Nähkästchen. Da könnte ich so viel erzählen, aber das geht nicht. Nee, das ist ja auch wichtig. Michael Kuhl, wenn Sie mal so ganz abschalten wollen von Ihrem anstrengenden, angespannten Job, was machen Sie denn? Wo machen Sie den Urlaub? Ich kann keinen Urlaub machen. Ich bin verheiratet mit meinem Job. Das ist schwierig. Im Ernst jetzt? Ja, ich bin höchstens im Jahr, eine Woche mal im Urlaub, aber da kann ich auch nicht abschalten. Ich bin, so wie damals mein Sport, verheiratet mit meinem Sport und jetzt blühe ich auf bei meinem Job. Ich kann nicht abschalten. Aber naja, Sie sind ja auch noch verheiratet mit Ihrer Frau und haben zwei kleine Kinder. Ihre Frau, sehen wir auf dem Foto, ist ja auch Bodyguard. Haben Sie sich bei der Arbeit kennengelernt? Ich habe ihr Talent entdeckt, habe das gefördert und sie ist auch, macht dasselbe wie ich. Auch sehr erfolgreich, ja. Und in welchen Situationen sind weibliche Bodyguards wichtig? Wo werden die vielleicht sogar speziell angefordert? Also sie war speziell eingesetzt bei der Hochzeit von Barbara Becker und Verona Poth für die Kinderbetreuung. Also sie macht speziell Kinderbetreuung. Und trainieren Sie dann zu Hause aneinander, wenn Sie mal frei haben? Nein, nein. Wir trainieren nicht zusammen im Büro, sondern auf der Matte. Da trainieren wir zusammen, ja. Und kann sie Ihnen das Wasser reichen? Manchmal, ja. Diplomatisch. Ihre beiden Kinder sind ja noch sehr klein. Wie alt sind die beiden Mädchen? Da möchte ich nicht drüber sprechen. Also klein auf jeden Fall. Ich meine nur, wenn die jetzt auch sagen, wenn sie älter werden, und Väter sind ja immer sehr besorgt um ihre Töchter. Papa, ich möchte auch den Job machen. Würden Sie das fördern? Ich würde eher fördern, dass sie sportlich Tennis spielen und da viel Geld verdienen. Was man auch noch sagen muss, die Jugendlichen, jüngeren Zuschauer, die zugucken, die wissen das. Sie sind ja eine Kultfigur. Sie sind ja wirklich in der, auch im Internet sind Sie eine richtige Kultfigur. Mit über, was haben Sie jetzt, über 10 Millionen Klicks auf YouTube? Also meine Videos sind angeklickt über 10 Millionen auf YouTube. Also sehr hoch, ja. Das liegt natürlich, wir sehen gerade das Foto, das muss ja mit Ihren sportlichen Erfolgen als Kickbox-Weltmeister zu tun haben, oder? Ich habe sehr, sehr viele Kickbox-Fans und die ganzen Reportagen, die wir gedreht haben, das sind sehr gute Reportagen. Die werden auch genutzt bei Ausbildungsschulen als Referenz-Reportagen. Und das kann man bei YouTube eben einsehen und sich jedes Mal angucken. Und ich habe eben eine lustige Politik, da sind immer viele Witze dabei, wie ich teilweise die Leute nett verarsche. Und eben meine Politik ist eben halt besser reden, Kommunikation als zuschlagen. Und da sind einige gute Anekdoten dabei, bei diesen Reportagen, die eben Kult sind. Und wenn man bei Facebook Sie sucht, findet man Sie auch wahrscheinlich, oder? Bei Facebook bin ich seit vier Monaten, habe die Grenze von 5.000 erreicht und betreue auch jeden Facebook-Freund persönlich. Macht mir sehr viel Spaß. Tatsächlich, dafür haben Sie auch noch Zeit, das machen Sie nachts dann, oder wie? Wenn die Familie schläft, dann betreue ich meine Facebook-Freunde, ja. Unfassbar, ja. Michael Kurmann, wenn jetzt junge Leute die Sendung gesehen haben und sagen, wir wollen bei dem anfangen, wir wollen arbeiten für Michael Kur, was muss man für Voraussetzungen mitbringen, um bei Ihnen überhaupt eine Chance zu kriegen? Sie sollten die Ausbildung machen zur Fachkraft für Schutz und Sicherheit, sollten regelmäßig über Jahre hinweg, nicht nur am Wochenende einmal Kampfsport trainieren, also regelmäßig Kampfsport trainieren, sollten very good English sprechen, not basic, fluency was perfect. Und Sie sollten in jedem Falle auch wirklich eine Sanitätausbildung noch machen. Auch noch? Ja, gehört dazu. Wir haben ja auch Stresssituationen, wo jemand verunglückt, dass wir sofort eingreifen können, helfen können. Sehr wichtig. Und ganz wichtig finde ich, dass wir die Eigenschaften eben halt mitbringen, dass wir eben sehr zuverlässig sind und ehrlich sind. Das sind heutzutage zwei Eigenschaften, die viele nicht mitbringen, muss ich sagen. Zuverlässig und ehrlich. Und wenn man mit den Grundvoraussetzungen dann bei Ihnen anfängt, dann setzen Sie nochmal an, dann kommt ja nochmal erstmal Ihr Schiff. Dann werden Sie nochmal von mir direkt geschult, damit Sie auch meine Firmenpolitik nach außen tragen und auch entsprechend arbeiten und sich damit auch identifizieren können. Was kann man eigentlich verdienen in so einem Beruf, wenn man richtig gut ist? Das ist ein sehr schlecht bezahlter Beruf. Wir haben ein hohes Risiko. Sie müssen sich vorstellen, in Berlin haben wir einen Tariflohn von jetzt 6,53. Das ist ein absoluter Witz. Ich zahle übertariflich. Ich zahle 9 Euro. Bin ich sehr stolz darauf. Aber ich habe auch sehr, sehr gute Kunden und die haben natürlich einen hohen, hohen Anspruch. Aber ist das ja eigentlich total ungerecht, dass man da nicht mehr Geld bekommt für so etwas Wichtiges. Ich meine, Sie entscheiden ja letztendlich über Leben und Tod in solchen brenzligen Situationen. Deswegen ist es auch sehr, sehr schwer, Leute zu finden, die eben halt in diesem Beruf arbeiten, weil da eben halt schlecht bezahlt ist. Aber ich versuche immer, wieder gutes Personal zu finden. Ich glaube, Sie haben einen guten Schritt in die Richtung getan. Bodyguard heißt übrigens das Buch von Michael Kuh. Wer sich näher informieren möchte, vielen Dank, dass Sie hier waren. Dieser Mann gilt als der extremste Fernsehcomedian des Landes, bekannt aus Viva, Comedy Street und Fernsehduell mit Elton. Morgen ist er zu Gast auf dem roten Sofa, Comedian Simon Gose-Johann. Jetzt geht es weiter mit Ihren Landesprogrammen. Ich danke Ihnen fürs Zuschauen und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Wir sehen uns morgen wieder. Tschüss.